Oben, hinten und rechts stehen für ein. Die Ohrregel. Egal ob der Schalter vorne, seitlich, hochkant, liegend oder hinten verbaut ist. Ein Gerät ist eingeschaltet, wenn der Schalter nach oben oder nach hinten oder nach rechts gekippt ist. Bei Lichtschaltern trifft diese Regel nicht zu, da sie bei Wechselschaltungen nicht gelten kann. In manchen Ländern gilt diese Regel nicht.